Ein wunderes und lustiges Hallo bei uns aus der Bergerstadt Wöhlemann. Wir befinden uns heute im Herzstück, nämlich der Küche. Hier werden nicht nur kalte, sondern auch warme Speisen gemacht. Wir möchten heute unseren Cocktail der Woche live und in Farbe hier kredenzen. Dream Team, dazu brauche ich Herr Kautzki, kalte Küche. Ja, was brauchst du, Kauli? Ich brauche Grenadinsirup, Zitronensaft und Ananassaft. Und natürlich Eis. Jawoll! Herr Stutter, ich brauche bitte 4 Zelle Bakwari und 2 Zelle Scherri-Brandy. Geht klar, Kauli. Herr Giese, ich brauche bitte die Dekoration für die Cocktail der Woche. Ich brauche dich mal guter, mache ich dir. Ein Glück habe ich bei jemandem, der mir hilft. Das Beste zum Schluss. Das ist doch. Meisterhand, ja. Hat's Platz für dich. Bitteschön. Jetzt sind alle Posten fertig und wir starten durch. Herr Kautzki, das Eis bitte. Bitte, Herr Kautzki. Sehr schön. Die Spiridosen der Bacardi und der Scherri-Brandy mit 4 Cl und 2 Cl. Schön, sehr schön, danke. Dazu mache ich jetzt mal weiter. 2 Cl Grenadinsirup. Ungefähr 2 Cl von unserem Zitronensaft. Und die Hälfte ungefähr mit anderen Saft auffüllen. Wie gesagt, wir brauchen dann noch Ginger Ale, dass wir das Ganze noch fertig aufnehmen. Das Ganze wird schräftig geschüttelt. So, das soll schon genügen. Natürlich hat der Cocktail der Woche eine wunderschöne Farbe. Genauso, wie das hier in der Küche bei uns sein soll. Das soll schon reichen. Und aufgefüllt mit Ginger Ale. Gerade jetzt, heute wären aktuell über 30 Grad. Wunderbarer Cocktail für die Terrasse. Und natürlich die Strohhalme. So, und da wären wir angelangt bei unserem Cocktail der Woche. Dream Team. Ich danke den Küchenteam, den Herrn Stuller, den Herrn Kautzki und natürlich Herrn Gieser als Küchenleiter, die uns so friedlich unterstützt haben. Schmecken lassen!